Sie werden hier massiv unter Druck gesetzt, gerade hier bei unserer Live-Schalte. Die Medienfeindlichkeit übernimmt hier. Sie sehen das hier, wie die Demonstrationsteilnehmer mit uns umgehen. Das ist im Wesentlichen die Stimmung, die uns hier entgegenschlägt bei der AfD-Demonstration in Berlin. Haben Sie versucht, sich zu schützen, dass Sie angegangen werden von Demonstranten? Also wir haben hier permanent, dauerhaft solche, ich möchte das Anfeindungen nennen, gegen das Kamerateam, gegen uns, gegen die Mitglieder meines Kamerateams insgesamt. Und andere Medienvertreter erfahren das in gleicher Weise. Es ist hier sehr schwierig, dass wir unsere freie Arbeit machen, wie Sie das jetzt selbst auch in dieser Live-Situation mitbekommen. Ich glaube, die Situation erfordert es auch, dass wir diese Schalte dann in diesem Moment abbrechen. Vielen Dank für die Informationen. Olaf Sundermeyer in Berlin.